Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Montag, dem 23. Oktober. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ja hallo, ich bin wieder da, nach etwas Verschiebereien aufgrund von Krankheit. Hört ihr mich jetzt auch aus Wien wieder, quasi zu diesem Format. Aufgrund der Verschiebungen werde ich jetzt die nächsten zwei Wochen für euch da sein. Die Woche starten wir relativ ruhig. Es gibt nur acht Technik-News, die ich vorbereitet habe für euch. Es geht um AVM, um Facebook, um Bitcoin, um Harman Kardon, um iOS und um iOS. Wir starten mit AVM und da gab es ja letzte Woche die große Sicherheitslücke, quasi dieses Crack nannte sich das Ganze. Im Endeffekt haben alle WLAN-Geräte ein Problem und eine Sicherheitslücke, die eben auf den Namen Crack lautet. Im Endeffekt geht es da um einen Fehler in der WPA2-Verschlüsselung, beziehungsweise mit den WPA2-Schlüsseln. Und alle Hersteller rollen da jetzt nach und nach Updates raus, muss man schon sagen. Die sind alle relativ schnell, wobei die wurden auch schon vorbeinformiert, bevor diese Lücke rauskam. AVM gab letzte Woche schon bekannt, dass im Endeffekt ihre Router sicher seien, ihre Repeater- und Powerline-Geräte aber nicht. Jetzt über das Wochenende hat man quasi nachgerüstet. Es gibt die ersten Updates für die Repeater- und für die Powerline-Geräte. Im Laufe der nächsten Woche mag man dann da für die aktuellen Gerätegenerationen dann die nächsten Updates nachliefern. Heißt, wer auf einen Repeater- oder eben so ein Stromlan-Gerät von AVM setzt, sollte mal nach Updates gucken. Wir kommen zum Thema Crypto Wars und da hat die EU jetzt vor, ja, Entschlüsselungsstellen quasi zu Plase zu installieren. Europol soll in Zukunft nationalen Ermittlern quasi dabei helfen, Verschlüsselungen zu umgehen, beziehungsweise da entsprechende Expertise einzusetzen. Generell möchte man da aber im European Cybercrime Center EC3 generell stärker werden und mehr einsetzen. Insgesamt soll es dann 86 neue einschlägige Stellen geben, die dem ganzen Thema helfen. Unter anderem mag man aber auch quasi die Ermittlungen generell international bündeln und quasi auf EU-Ebene heben und die ganzen kleinen staatlichen Ermittler da ein bisschen entlasten. Ja, schwieriges Thema, Verschlüsselung und Sicherheit auf der einen Seite. Wir haben es ja gerade mit WPR2 gehabt. Ist natürlich ein wichtiges Thema, inwiefern Staaten uns das Ganze umgehen sollen oder nicht. Ist ein sehr heikliches, ist ein sehr politisches Thema. Wir werden da keine abschließenden Antworten finden. Bin allerdings generell gespannt, wie es da weitergeht und wie man da auch mit den Herstellern in Zukunft umgehen wird. Wir erinnern uns vielleicht alle an den Fall mit Apple und dem sogenannten San Bernardino iPhone. Wir kommen jetzt zu Facebook und die wollen jetzt in Kürze in Europa Abo-Modelle in Instant Articles testen. Instant Articles, das war die Möglichkeit, immer quasi ohne Facebook zu verlassen, Blog-Beiträge beziehungsweise generell Medienberichte, auch Zeitungsartikel irgendwie lesen kann. Da hast du halt das Problem, wenn du Inhalte anbietest, die bezahlt sind, dass dir das irgendwie nicht abgegolten wird quasi. Und Instant Articles soll da jetzt ein neues Bezahlmodell bieten. In den USA gibt es das schon, wo ich quasi bezahlte Inhalte über Facebook abwickele. 100% des Umsatzes sollen auch tatsächlich an die Verlage gehen. Das heißt, eigentlich kommt man Facebook den Verlagen da sehr entgegen. Das soll eben quasi deren Möglichkeit sein, Paywalls dann auch über Facebook abzuwickeln. Mit an Bord wären dabei einmal die Bild, The Boston Globe, The Economist, Hearts, La Repubblica, Le Parisien, Der Spiegel, The Telegraph, Los Angeles Times, San Diego, Tribune, Washington Post im Testlauf, der mal vor allem nur auf Android starten wird. Warum nicht auf Apple-Geräten? Ja, da ist es recht klar. Apple will ja 30% von allem haben. Das heißt, wenn irgendwie das Abo, weiß ich was, einen Euro kostet irgendwie auf Instant Articles, gehen 30 Cent davon an Apple und das widerspricht dann natürlich wieder dieser 100% Umsatzgeschichte, die an die Verlage gehen soll. Ein schwieriges Thema, wie das dann unter Apple gelöst wird. Fakt ist aber, sie werden es auch dort lösen müssen, eben weil es eine große Plattform ist und lustigerweise auch die Plattform ist, wo am meisten Kohle drüber läuft. Wir bleiben bei Facebook, kommen aber wieder zum Thema Bezahlen, da jetzt aber Messenger. Mit Paypal ist es in Zukunft möglich, über den Facebook Messenger quasi Geld zu verschicken. Im Endeffekt, dahinter liegt der Paypal-Me-Dienst. Spannendes Thema, könnte sich durchaus ganz gut verbreiten. Ich habe auch bei uns das Gefühl, dass Facebook Messenger einerseits, aber auch Paypal auf der anderen Seite recht gut verbreitet ist. Aktuell geht das Ganze in den USA in den Test, soll aber dann auch nach Europa callen. Wir kommen zu Bitcoin und da wieder nur eine kleine Wasserstandsmeldung nach der Abspaltung von Bitcoin Cash quasi Anfang des August, glaube ich war das jetzt. Gab es da große Ängste, dass Bitcoin weniger wert werden könnte quasi und dieser Fork quasi Bitcoin wehtun könnte, offensichtlich ist es nicht so. Allein in den letzten zwei Wochen hat Bitcoin um 1.500 Dollar zugelegt. Am Freitag hat der Bitcoin die magische Marke von 6.000 US-Dollar geknackt, der Allzeit hoch. Und das ohne, dass man den Bitcoin Cash quasi dazurechnet, was das Ganze sehr spannend macht. Der steigt auch stetig. Wer in Bitcoin investiert hatte vor August, hat ganz gute Gewinne gemacht. Wie immer allerdings der große Hinweis, es ist jetzt nicht der Grund loszulaufen und Bitcoins zu kaufen, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber auf der anderen Seite, das ist ähnlich wie Aktien, das ist eine spekulative Anlageform und soll keine Empfehlung an dieser Stelle sein. Diese dürfen wir auch nicht machen und diese sollte es auch nicht sein. Stichwort keine Empfehlung. Das gilt auch leider für das nächste Produkt. Hermann Kardon hat den Invoke vorgestellt, ein Lautsprecher mit Cortana, also mit quasi Microsofts Sprachdienst, der fix in diesen Lautsprecher verbaut wird. Ist an der für sich ein recht schickes Gerät, das ist einerseits vom Design her, andererseits auch die quasi Daten dieses 365-Grad-Lautsprechers sind recht ansprechend. Trotz allem, warum sage ich jetzt keine Empfehlung? Na ja, 200 Dollar muss man sich mal überlegen, ob man da investieren mag. Bei Amazon ist man deutlich günstiger unterwegs. Auf der anderen Seite ist es eben die Frage, wie quasi die vierte Kraft dann da jetzt im Bereich Sprachassistenten sein wird. Nichtsdestotrotz eben, Microsoft, ja, Cortana mag zwar recht mächtig sein, aber sie sind nun mal eben die vierte Kraft, neben Siri, neben Google Home und neben Alexa. Wir kommen zu iOS und dort gibt es einen neuen Streit, kurz bevor das iPhone X diese Woche am Freitag an die Vorbestellungen geht. Ein Entwickler möchte sich den Namen Animoji sichern, beziehungsweise hat sich den Namen Animoji bereits gesichert und verklagt jetzt mehr damit in der Apple. Die wussten das offensichtlich schon, denn kurz nach der Vorstellung, einen Tag nach der Keynote am 11. September, haben die dann bereits gemeldet, dass quasi, ja, sie dieses Patent, das es da schon gibt, für Nichte geklärt haben wollen. Das läuft nämlich dieses Markenzeichen auf die Firma AMonster K&K und die gibt es gar nicht mehr, dementsprechend sollte deren Meinung nach auch der Markenschutz aufgehoben werden. Und sie haben sich einfach auf den unter Anführungsstrichen draufgesetzt. Der Entwickler sieht das Ganze jetzt aber nun mal an, dass es gibt bereits so eine App, die wurde 18.000 Mal runtergeladen seit 2014, zugegeben nicht besonders viel. Und ja, jetzt gibt es einen Rechtsstreit gegeben. Wahrscheinlich wird es nicht darauf auslaufen, dass Apple diesen Namen nicht verwenden. Dafür dürfen wir mal davon ausgehen, dass sie den Namen dem Entwickler wahrscheinlich hinter den Kulissen abkaufen werden für viel Geld. Wir bleiben bei iOS. Noch eine kleine Meldung. Überraschenderweise letzte Woche Freitag wurde iOS 11 Beta 4 veröffentlicht. Wie gesagt, eine Beta-Tase, aber auch ein Public-Beta-Programm. Was bringt das ganze Update? Ja, vor allem mal nur neue Emojis unter Anführungsstrichen plus 2D-Touch-App-Switcher. Geste bringt es zurück. Letzten Freitag eben Beta 4. Ein bisschen überraschend. Die ist einerseits fast 2 GB groß. Es riecht ein bisschen nach einem Golden Master. Auf der anderen Seite ist auch das Überraschende, dass die eben an einem Freitag kam, vor allem weil es als Anfang letzter Woche bereits neue Betas gab. So, das war es mit mir an dem Start in unsere 14-Tage-Woche quasi. Ich wünsche euch einen schönen Tag, obwohl Montag ist und wir hören uns dann morgen wieder. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.